Hallo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Gaming-Video auf meinem Kanal. Heute werden wir mal so ein paar Runden Fortnite spielen. Und Leute, bei meinem nächsten Video werde ich eine Challenge machen, und zwar diese eine Kisten-Challenge. Und ja, viele haben das nicht... ja, mein letztes Video habe ich auf Kommentare deaktiviert gedrückt, weil ich dachte mir einfach, warum müsst ihr alles kommentieren? Und dann dachte ich mir einfach mal, ich mache einfach die Challenge beim nächsten Video. Und Leute, ich möchte versuchen, ein bisschen aktiver bei meinem Gaming-Kanal zu werden. Und wir werden auf jeden Fall bei Teletowers gehen, Leute, wie immer. Und wir werden so ein paar Kills machen und ja, mal schauen, ob wir überhaupt einen Kill bekommen. Ich hoffe, ja, und Leute, frohes neues Jahr auf jeden Fall, weil wir haben jetzt 2019. Und, ähm, danke für 139 Abonnenten bei meinem anderen Kanal. Danke auf jeden Fall, weil 139, Digga. Wir sind fast bei 140. Okay, wir gehen auf jeden Fall jetzt bei Teletowers und wir wünschen uns Glück. So. Alter, Digga. Okay, okay. Ich sehe da schon ein paar Gegner. Ich kann es schon bei ein paar Gegner sehen. Wir gehen auf jeden Fall bei Big Bang. Also bei Big Bang werden wir jetzt auf jeden Fall gehen. Okay, gut, gut. So. Starte gerade bei mir wäre einer. Okay, da ist Munitionkiste, das machen wir. Okay, so. Unten drunter müsste noch eine Kiste sein. Das weiß ich ganz genau. Ja, da ist einer. Da ist einer. Okay, mach auf. Und so. Okay, jetzt haben wir viele Waffen, die wir auch brauchen. Okay. Jetzt gehen wir mal und schauen nach Gegner. Hab einen. Ja, Mann. Ich habe einfach einen. Geil, Mann. Ich habe jetzt schon einen Kill. So. Wir schauen jetzt mal kurz nach weiteren Gegnern nach. Da ist Munition. Okay, gut. Munition kann man immer gebrauchen, Leute. So. Leute, das Ding ist, bei mir hängt es immer voll oft. Und deswegen bin ich halt, ja, jetzt in allerbesten Fortnite. So. Wir gehen mal jetzt nach oben. Und wir schauen nach Gegnern. Okay, bei diesem Haus könnten wir gehen. Scheiße. Alter, was? Irgendwo habe ich die Treppe gebaut. So. Auf. Zu. Auf. Zu. Okay. Nee, das benutzen wir lieber nicht. Okay, so. Wir gehen jetzt mal wieder raus. Ab. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Gegner angerannt, so wie ein Verrückter. Und dann will er, dass er mich abschießen will. War alles richtig kacke? Okay. Wir schauen mal weiter. Okay. So. Hier ist auf jeden Fall ein Gegner. Das weiß ich, weil... Da sind so welche Schritte. Also hier ist irgendwo einer in meiner Nähe. Aber wo, weiß ich nicht. Da ist einer, da ist einer. Los, los, hab ihn. Ja, Mann. Best aller. Ich hab ihn. Geil. Okay. Gehen wir nach oben. So. Hä? What the fuck? Was hat die hier gemacht mit der Baustelle, Digga? Die Baustelle wurde erst neu gebaut. Okay. Wir schauen mal weiter. Da muss einer sein. Okay, da ist keiner. Also, heide, tschüss. Okay. Ich finde irgendwie keine Gegner. Ich frage mich, wo die sind. Weil hier müssten eigentlich viele sein. Okay. Okay. Wo sind die, Mann? Okay, da ist eine Kiste. Wir gucken mal. Ist sie auf? Ja, okay. Okay, die ist, äh, ja. Die hat sich schon jemand aufgemacht. So. Okay. Wir gehen mal kurz da hoch. Und da, 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 da. Okay. Da ist einer, da ist einer. Und. Fuck, die guys. Hat gehangen. Okay, Leute. Die nächste Runde beginnt. Und wir werden jetzt auf jeden Fall wieder bei Tilded Towers gehen, Leute. Und ich hoffe, wir werden nicht direkt sterben und. Ja, Digga. Okay, da sind schon mal ein paar Waffen. Da, 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 da. Hallo. Leute, wo geht der hin, Digga? Hallo, bleib mal stehen, ey. Bleib mal stehen. Ja, der bleibt stehen, aber der andere, der springt so wie ein Hampelmann, Digga. Alter, Junge, der eine, der ist einfach. Junge, warum geht der eine nicht runter, Digga? Okay. Okay, machen wir mal kaputt. Äh, okay. Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt in Runde. Wir werden jetzt bei Tilded Towers gehen und uns Glück wünschen. Wir gehen diesmal nicht bei Big Bang. Wir gehen mal da. Oder nee, da sind schon jetzt schon viele. Ach, ich hab sowas voll verkackt. Ich hab sowas von verkackt gerade. So. Mit der Pistole müssen wir ihn kriegen. Da kommt einer. Da ist einer. Da ist einer. Okay, gut. Und ich hab ihn niedergestreckt. Okay, geil. Wir nehmen mal kurz seine Sache. Hä? What the f- Juhu!